Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde Minecraft Master Builders Versuch Nummer 7 Nachdem hier 6 Aufnahmen in Minecraft abgeschmiert sind in der EU Abteilung dieses Servers versuche ich es mal in der US Abteilung und hoffe dass es etwas bringt und zwar mit dem Thema Nummer 7 nämlich Frühstück machen wir mal ein Frühstück in der Natur ein Teller mal sehen was ist man denn in der freien Natur mal sehen eigentlich dachte ich dass die 6. Aufnahme die letzte für heute wäre das war auch ein gutes Thema mit dem ich auch fast fertig gekommen bin noch dann hieß es dass mir der Arbeitsspeicher ausgeht und bumms weg war die Aufnahme ach ja das hat doch richtig Spaß gemacht und was ist hier wieder ja da hat einer was so sieht doch schon viel besser aus eigentlich so so ein Frühstücksteller ein Frühstücksteller ich nehme das Gras wieder weg und deute den Holztisch an wo ist er denn da ist er schon besser wie kann man nur eine halb geschmierte Frühstückstulle simulieren vielleicht noch einen Kaffee dazu und das in 4 Minuten beziehungsweise jetzt 2 Minuten weil ich ja unbedingt 2 Minuten für den Teller vergeuden musste tja oder vielleicht nehme ich auch ein grünes Frühstück lege eine Banane dazu und ein und Melonscheibchen ja das mache ich wir essen eh alle zu viel ungesunden Kram da spendere ich mal dem Spieler einfach mal eine Banane eine viel zu kurze Banane die nach nichts aussieht ach man mach wieder so damit es noch alberner aussieht ja das sieht auch noch ein bisschen besser aus ok sagen wir es mal ist auch ganz in Ordnung soweit jetzt noch eine kleine Melonscheibe aufgeschnitten eine Melonscheibe mit ein paar schwarzen Punkten dazwischen so 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 und schon ist die Zeit wieder um ach ich habe vielleicht ein Viertel von dem geschafft was ich eigentlich vorhatte jetzt komm schon noch ein bisschen Wasser und schon haben wir ein gesundes Frühstück ach so ganz knapp und Daumen drücken dass mir die Aufnahme nicht wieder abschmiert und das ist ach Frühstückseier das muss man erstmal erkennen und weg ist es hat wohl keiner erkannt und das ist was ist das das sieht aus wie ein abgestürztes Ufo ach quatsch das waren die Tische und Stühle nach mal sehen wenn das in die Luft gegangen wäre hätte ich gesagt sie sind heute in Sprengstimmung ach so das ist so ein na wie nennt man das Bistro oder so ne Gaststätte wo die Frühstück ja da habe ich vergessen was abzustimmen und da leckt es na was ist nun sind wir jetzt fertig oder nicht ja einer weg ach tu scheiße was hat das mit Frühstück zu tun also das ist wirklich das Beste bisher ok hier hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr die körnerige Struktur von Kellogg's machen sollen aber das Frühstücksei und das Besteck ist klasse das weiß ich nicht was das darstellen soll Milch Gabel ach wieder das Frühstücksei und ein braunes irgendwas ist ok die Idee ist gut aber die Ausführung daran haben wir es meistens nochmal schnell eins rausgeschmissen ein kleines Frühstücksbuffet wobei gebratenes Fleisch isst man das zum Mittag oder zum Frühstück ja genau ernsthaft so was ist man doch nicht zum Frühstück und noch so einer der meint witzig sein zu müssen ja Platz 3 nicht schlecht ist soweit in Ordnung na denn soll es erst mal gewesen sein für die Runde danke fürs Zusehen und so weit und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal